servus leute und weiter geht's mit home sweet home wir hauen immer noch vor der blöden kuh hier ab die geräusche vom cutter waren mir lieber als ihre glöchern ja bei der bei der sussi in teil 1 hat man wenigstens gehört dass die mit dem cutter messer die ganze zeit so hin und her geswischt hat bei der hier also die ist gruselig kann es sein dass die das mit dem cutter messer auch irgendwo gammelt da ist sie alter ich sehe hier auch ungefähr nichts ich weiß auch nicht was ich tun soll diese blöde kuh macht mir übel angst alter kann ich ja durch ist sie noch da oh nein das ist die man hat durchblick das nicht ganz wie sie spawnt ich meine die müsste jetzt ja gleich verschwinden wahrscheinlich oder wir warten mal ganz kurz okay also die wechselt das mit dem spawn ich muss hier warten und dann darüber schnell wenn sie hier spawnt und wir rennen direkt los wenn sie mal wenn sie da aufgehört hat rennen wir gleich los okay also gute idee sehr gut wieder was zum verstecken also ich weiß auf jeden fall jetzt waren sie mal spawnt sobald diese scheiß lichter kommen das ist auf jeden fall sicher oh man die spawnt bald fuck fuck schrank 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 fuck kein schrank scheiße die kann auch hier spawnen fuck alter wenn die hier gleich spawnen dann bin ich tot oh gott die spawnt hier okay 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 die spawnt auch hier jungen alter die spawnt auch hier äh jo 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 das ist ja voll schwer man ja vorhin war das aber nicht so nicht so krass da konnte sie nicht bei jeder puppe spawnen hier kann sie gefühlt bei jeder spawnen wo ich vorbeilaufe kann ich raus ich weiß nicht guck mal guck mal die kann sogar bei dem hier spawnen ist hier irgendwas oh schlüssel fuck oh tschau man ich bin weg eine frage ich habe schlüssel gefunden gerade welcher schlüssel war das nochmal alter wir reden einfach durch fuck auf alles da stand doch irgendwo find the key wo war das nochmal welche tür war das ganz hinten irgendwo was oh wir speichern wir speichern also welcher tür welcher tür oh tschau oh tschau oh tschau das du so das oh tschau das Ich höre da nie zu, weil irgendwie stehen ja gelabern eigentlich. Find the way out. Ah ne, ist ja wieder sowas. Ah Junge. Ist es die da, die gleich spawnt? Junge, wer atmet da so in meinen Nacken? Oh God. Ah dieses Gelächter geht mir so auf den Sack, Alter. Oh mein Gott, da sind so viele Poppen von der... So und jetzt geht Partia, oder? Alter, wie schwer haben die das gemacht, bitte? Alter, da sind so viele Poppen jetzt, die spawnen werden, man. Ich will nicht lügen, ich habe die Orientierung verloren. Ich habe echt die Orientierung verloren. Fuck. Halt's mal, ich habe ab. Oh Gott, ich renne. Oh ja 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 ja. Was willst du von mir? Muss ich das zu dir rüber zeigen, oder was? Wtf? 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 Okay, das ist zum Teleportieren. Okay, 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 okay. Das heißt, ich will jetzt zu dem Schrank jetzt, okay? Ich bin aber nicht bei dem gelandet, wo ich wollte. So. Wo muss ich hin? Ich muss da rüber. Okay. Warte. Ähm. Da hin bitte. So. Ja. So. Passt. Ähm. Ja. Nein, Digga. Oh, jetzt gehe ich auch noch wieder rein. Oh, jetzt gehe ich auch noch wieder rein. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie ein Horrorspiel gespielt, Alter. Smaller. 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 Dao, Missy. Oh, nee, Digga. Hörst du irgendwann noch auf? Hat die noch vor, aufzuhören heute? Hm, ja, 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 jetzt bin ich in dem Haus, wo Home Street Home 1 aufgehört hat. Die will nicht aufhören. Muss ich sie hier rüber locken? Aber wie soll ich das machen, wenn ich das tun muss? Kann ich mit den Dingern irgendwas machen, mit den Puppen? Nein. Na gut, dann muss ich wohl da rüber. Ah, das ist schon mal kapiert. Oh, Spächer. oi, 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 oi oh, oh, fuck Spawnt die jetzt oder nicht? Hm, also nach der Reihenfolge ist okay Warte, warte, warte Ich blicke glaube nicht, ob die spawnen, wenn ich in der Nähe bin oder Ich muss wahrscheinlich auf die Reihenfolge achten und so dann laufen Also jetzt, das ist jetzt dahinter Also das heißt hier warten Würde ich jetzt sagen Sicher bin ich mehr, aber auch nicht Fuck Die verarschen mich, alter Ich glaube die scheiße blinkt nur Ich glaube die verarschen mich, die blinkt Die taucht gar nicht auf Ich glaube die blüte batalte Ohje, cut the chain Säge, 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 Säge Bolzenschneider, irgendwas Bruder, gib mir irgendwas Jo, wie seh ist die Folge zu Ende Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao 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 Ciao